Möchtest du beim Spielen deine Finger freier bewegen? Wie ist denn dein Druck auf dem Daumen? Tut dir vielleicht sogar manchmal weh? In diesem Saxophon-Tipp erfährst du, wie du diese Schmerzen loswirst und wie du deine Finger dann freier bewegen kannst. Beide Daumen haben unterschiedliche Aufgaben. Der rechte Daumen ruht unter dem Daumenhaken, der linke Daumen, der betätigt die Oktavklappe, der muss sich auch bewegen. Und deshalb schauen wir uns die Daumen getrennt an. Die Schmerzen entstehen, wenn du zu viel Druck auf die Daumen ausübst. Und darum wird es jetzt gehen, wie wirst du diesen Druck los? Wie vermeidest du den Druck auf den rechten Daumen? Du kennst diese coolen Saxophon-Fotos, diese Werbefotos oder auch in Konzerten natürlich. Wenn der Saxophon ist, der Saxophon so hochhebt. Und da hast du dann ganz viel Druck auf den rechten Daumen. Doch der ist gar nicht nötig. Denn wenn du stehst, hängt dein Saxophon am Halsgurt. Und deswegen brauchst du das Saxophon auch nicht hochheben. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass das Saxophon leicht schräg gegen die rechte Hüfte anliegt. Da brauchst du also deswegen, um das Saxophon zu halten, überhaupt keinen Druck mit den Daumen ausüben. Du musst es nicht hochheben und du musst es nicht wegdrücken. Achte darauf, dass dein Saxophon die ganze Zeit an der rechten Hüfte bleibt. Dann kannst du den rechten Daumen entlasten. Tut der Daumen weh? Dann schau mal auf die Position vom Daumen. Der Daumenhaken, der ist für alle Spielerinnen und Spieler gleich. Der ist bei den Saxophonen immer an der gleichen Stelle. Der ist auch immer gleich groß. Die Daumen sind unterschiedlich, unterschiedlich lang. Es kann sein, dass das gar nicht der richtige Platz ist für deinen Daumen. Probiere mal auf den Haken draufzulegen. Wer entspernt dann die Hand? Oder du kannst ihn komplett entlasten und hier vorne drauflegen. Oder nach oben nehmen. Das sind schon vier Positionen, die dafür gedachte hinter dem Haken. Die tut weh. Und schau mal, wie der Daumen da auch nach unten gedrückt wird. So, jetzt nehme ich den Daumen etwas höher. Dann ist das Handgelenk, das Daumen Mittelgelenk, das ist nämlich das hier schon etwas mehr entlastet. Und wenn ich ihn sogar nach vorne nehme, ist es komplett entlastet. Ich kann es nach oben nehmen. Ja, so weiche ich den Schmerzen aus und das Daumen Mittelgelenk ist entspannt. Darum geht es. Du kannst die rechte Hand sogar loslassen. Du kannst sie hängen lassen. Spiel, wenn du in der linken Hand spielst. Schau mal, in der linken Hand. Und wenn du jetzt beim Üben mal darauf achtest, dass du Tonketten, die du in der linken Hand hast, spielst und die rechte dabei hängen lässt, fühl mal deine Schulter nach, deine rechte Schulter, ob die entspannt bleiben kann, wenn die linken Finger sich bewegen. Dann nimmst du während dem Spielen langsam die rechte Hand nach oben. Du knickst nur das Ellbogengelenk ab und legst den Daumen an eine Position, wo er sich am wohlsten fühlt, ohne Druck auszuüben. So trainierst du den Druck vom Saxophon wegzunehmen. Was ist dann eigentlich die Aufgabe vom rechten Daumen? Also sicher nicht, dass du Druck ausübst. Natürlich, du kannst dein Saxophon nach vorne bewegen, aber du musst erst mal trainieren, wie sich die Entspannung im Mittelgelenk anfühlt. Die erste Aufgabe ist, der Daumen zeigt der Hand an, wie sie positioniert ist. Die Grundposition der Hand ist, dass die Grundgelenke, das sind diese hier, parallel zum Saxophon sind. Denn dann können die Finger sich frei im Grundgelenk bewegen. Alle Finger haben die gleiche Entfernung zum Saxophon. Der Daumen ist also ein Kompass. Er zeigt der Hand die Stellung an. Das Zweite ist, dass die rechte Hand sich manchmal zu den Seitenklappen hin bewegen muss. Da kippt die Hand. Der Daumen ist also auch ein Scharnier. Der Kontakt vom Saxophon zum Daumen bleibt also immer bestehen. Und deswegen geht es darum, dass du den Druck lernst zu minimieren. Der linke Daumen ist viel aktiver. Er muss die Oktavklappe bewegen. Wie ist jetzt seine Haltung, damit der linke Daumen entspannt sein kann und trotzdem die Bewegung ausführen kann? Die Ursachen der Schmerzen sind, dass du zu viel Druck da drauf hast. Und jetzt schau mal die linke Schulter an. Wenn ich den Druck auf das Saxophon erhöhe, dann geht auch die linke Schulter nach oben. Du kannst es also auch von der linken Schulter her üben, dass du die nach unten nimmst und dann dadurch den Daumen schon mehr entspannen kannst. Ich lege den Daumen im Endgelenk an die Daumenplatte an. Und dann knicke ich im Endgelenk ab, um die Oktavklappe zu drücken. Damit ist das Mittelgelenk möglichst unbeteiligt. Wenn du dann nach vielen Bewegungen wieder so reinrutschst, dass dieser Knick nach innen geht im Mittelgelenk, dann beginnen die Schmerzen. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen schauen, dass das Gelenk immer wieder nach draußen kommen kann. Auch hier ist es wichtig, dass die Grundgelenke parallel zum Saxophon bleiben. Und damit das Mittelgelenk nicht in diesen Knick reinrutscht. Es geht also um Wahrnehmung der Position von den Grundgelenken, damit das Daumengelenk entspannt sein kann. Es geht auch um die Position der Schulter, wenn die nach vorne geht, dass du dann die Schulter nach unten nehmen kannst, um den Daumen zu entspannen. Dazu kannst du natürlich ganz einfach Oktaven üben, weil du dann den Daumen immer bewegst. Also wenn ich einknicke, wenn ich den Finger löse, dann gibt es vielleicht einen leichten Knick, aber es ist noch lange nicht dieser hier. Und ich bin also flexibel im Mittelgelenk. Und das hört sich dann so an. Dabei achte ich auch auf meine Schulter. Ich kann auf verschiedene Punkte achten. Schulter und Daumengelenk. Schulter, Grundgelenke. Auf die Position der Hand. So lernst du die Finger freier zu bewegen. Denn wenn der Daumen eingeknickt ist, sind auch die Finger fest. Dann ist mehr Spannung in der Hand. Das heißt also, wenn du dich um dein Daumengelenk kümmerst, wenn du dich um dein Schultergelenk kümmerst, dann wird die Hand, entspannt die ganze Hand und die Finger können sich freier bewegen. Du kannst das auch mit jedem Finger einzeln trainieren, dass du ihn im Grundgelenk bewegst. Denn auch von der Fingerbewegung her kannst du diese ganze Position hier wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel den Mittelfinger checken. Mittelfinger und Daumen bleiben immer gedrückt, wenn du AC spielst. Und jetzt mach die gleiche Übung eine Oktave tiefer. Bei dieser Intervallübung kannst du auf verschiedene Punkte achten. Du achtest darauf, dass du den Zeigefinger im Grundgelenk bewegst. Du spürst das Mittelgelenk vom Daumen nach. Und du spürst deine Schulter nach. Es geht darum, die Spannung aus dem Daumen-Mittelgelenk in die Aktivität vom Finger-Grundgelenk zu bringen. Nur hier ist es aktiv, alles andere in der Hand ist entspannt. Und das kannst du mit jedem Finger üben. Jetzt haben wir den Zeigefinger bewegt. Du kannst jetzt auch den Mittelfinger bewegen. Dann bleibt der Zeigefinger gedrückt. Ich beginne erstmal in der unteren Oktave. A, H, A1, H1. A, 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 A. Mit eingeknickten Daumengelenken würde das so ausschauen. Du hast gesehen, wie ich den Daumen allmählich entspanne während der Bewegung. Das gleiche mache ich jetzt noch eine Oktave höher. Ich kann auch den Ringfinger extra trainieren, GA. Also du kannst jeden einzelnen Finger trainieren, wie die Auswirkung dann auf das Daumen-Mittelgelenk ist und wahrnehmen, ob du mehr und mehr das Grundgelenk bewegst. So werden die Finger freier. Übrigens der linke Daumen bleibt immer auf der Daumenplatte. Also hebe ihn nicht hoch beim Bewegen, bei der bei der Betätigung der Oktavklappe. Also zum Beispiel so. Wenn ich das so mache, dann spüre ich schon, wie meine linke Schulter hochkommt, wie die verkrampft. Also wenn der Daumen dran bleibt, kann ich auch die Schulter leichter entlasten. Und umgekehrt, wenn die Schulter entlastet ist, kann ich den Daumen entlasten. Alle Gelenke wirken aufeinander. Und tatsächlich ist es wichtig, dass der Daumen den Kontakt behält, denn er ist ja nicht nur dazu da, die Oktavklappe zu bewegen, sondern er ist auch Kompass für die Position der Hand, dass die Hand spürst, dass du spürst, sind meine Grundgelenke parallel? Bin ich mit dem kleinen Finger nah genug an den Klappen dran, dass der auch die Klappen trifft? Und er ist auch ein Scharnier nach der Bewegung zu den Seitenklappen, genau wie der rechte Daumen. Die Daumen bleiben immer am Saxophon. Die Schmerzen in den Daumen sind also nur eine blöde Angewohnheit. Es geht darum, dass du übst, den Kontakt der Daumen zum Saxophon aufrecht zu erhalten, jedoch keinen Druck gegen das Saxophon auszuüben. Und selbst wenn der rechte Daumen das Saxophon bewegen möchte, zum Beispiel, wenn du einen Einsatz gibst und das Saxophon dazu anhebst, übe, dass du wieder den Kontakt zur Hüfte spürst und den Daumen bewusst entlasten kannst. Zum Beispiel, dass du dann sogar kurz die Hand loslässt, wenn es die Stelle erlaubt, wenn du nicht die rechte Hand brauchst. Lass immer wieder mal die rechte Hand los, dann spürst du, dass du den Daumen nicht brauchst, um dich fest zu krallen. Der linke Daumen muss lernen, dass er sich bewegen kann, ohne Druck auszuüben. Beide Schultern rechts und links spielen dabei auch eine Rolle, dass die Schultern unten sind. Du kannst es von beiden Seiten aus betrachten, wie du die Finger bewegst, dass die Schultern tief sind. Mache dir die Aufgaben deiner Daumen klar. Kompass und Scharnier. Spüre nach, wie die Position deiner Hände sind. Spüre nach, wie sich dieses Mittelgelenk anfühlt. Und du wirst mehr und mehr deine Daumen entlasten können. Dann werden deine Finger freier und schneller. Die bewegen sich leichter. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg.